3 mal auf YouTube stellen es mir nicht ganz egal So, willkommen zurück bei euren Hunter again Ich bin wieder mein Kopf mit dem Luigi-Nator Sag mal hallo Hallo Ja, wir sind auf dem Sender ein bisschen weitergegangen Hab schon ne Eisenrüstung, ich hab ne Kiste auf dem Kopf Oh man, wie das aussieht Ja Wir haben eine Höhle gefunden Nicht mal so weit weg eigentlich, oder? Ne, wir sind nicht weit weg Also, was ich jetzt überhaupt nicht verstehe Die ganze Zeit geht alles Perfekt Und dann auf einmal Wo geht's? So Kurze Frage, warum lasst du eigentlich immer das Eisen legen? Äh, weil ich jetzt hier erstmal ausleuchte Ich sammle während des Ich suche Transformier das gerne auch Ich bin ein sammelnder Sucher Jo Jo Loh Aua Wieso bist du so weit unter mir? Was machst du denn über mir, ha? Komm hier runter, dreh mal weiter So So Oh, das ist ein Skeletch So, klar Ähm, ja Was hast du eigentlich vor, dann hier so etwas zu bauen, später? Aua 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 Ja Glaube ich baue Himmel Äh, Himmel? Himmel? Hast du gerade ein Himmel oder Peggy sagt? Ein Himmel Ah Was hat das Problem mit mir? Nein, nein, ein Himmelschluss Wie sagt er, was sollt man was essen, so in etwa vor? Das schon nicht Mein Himmelschloss gar keine so gute Schlechte Idee Ne, ich glaube, ich baue mich vielleicht Eine Weil Ich glaube, das Beste ist, wenn ich irgendwie eine Hexenhütte finde und mich schon nie da lassen kann, weil ich zu voll bin zum Bauen Äh Ähm Ja, alle, die das sehen, bitte nicht nachmachen Ja 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 Ja, wir haben vorhin, äh, eine, äh, Skelett-Spawn, wie sie sagt, er hat ein Skelett-Spawn gefunden, jetzt sag hier in die nächste Höhle gefunden, ja, yuppi Ich frage, was sie hier noch finden wollen Ich frage, was sie hier noch finden wollen Ich frage, was sie hier noch finden wollen Er sieht, ist auf jeden Fall geil So ein Bug So ein Bug Ich bin durchsinn, hab ich gedacht, ne, irgendwas War noch nicht Ein Scheiß-Co ist ein bisschen zu übertrieben, was hier umliegt Ich hab mein Pickaxe kaputt gegangen Ja Ja, doch, ich hab einen Ersatz-Pickaxe dabei Weil ich hätt genügend, ich weiß, ich wusste nicht mehr, wie's nach Hause geht Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass hinter mir nichts kommt Weil genau das ist Da wird ein Stack Kohle Oh, da fehlt sich hier so auch nicht grad weniger Und wieder die nächste Kohle-Spot jetzt nicht hab Dumm Du bist wie mein Freund, der sagt auch noch mal Kohle, scheiße Ah, wirklich, ich mein Du brauch nur 8 Kohle, um ein ganzes Stack zu braten Bitte, wie viel Kohle soll man dafür denn benutzen? Ach Gott, ich hab noch eine neue Höhle gefunden Ah, wobei, oder? Ich hab auch eine neue Höhle Ich glaub, ich bin irgendwann wieder zurück Wir haben einen Notfall hochbauen Ja, ist immer wieder praktisch Ich glaub, davor will ich die ganze Höhle noch looten Du? Ja Auf jeden Fall Also wenn ich mir jetzt das schon vorstelle Wenn ich jetzt kurz auf unseren Timer guck Wir sind schon bei 10 Minuten Das wird jetzt mein zweites Let's Play von Minecraft Ja Ah, willst du nicht von deinem YouTube-Kanal ansprechen Kannst du machen? Wenn du willst Näh Das ist sowieso Ich hab da glaube ich 4 oder 5 Videos hab ich da drauf Das ist doch nicht schlimm Ich hab noch anfangen, glaube ich Ja, weil Ja, weil ich mach's ja unschinkt wie intensiv oder so, scheiße Ich mach einfach nur Ich mach einfach nur Ich hab 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 nur Passt jetzt nicht so hin Aber Ich weiß nicht, ob du irgendwann mal Event hast Dass du eben auch im World of Tanks aktiv bist Was weiß ich Auf jeden Fall mach ich dafür jetzt einen Kanal Und werd dann in eine Richtung World of Tanks gehen Also Also wenn du willst Ich hab auch W.O.T. Kanal Du kannst mir gerne Klicks schicken Hab nichts dagegen Ich brauch eh bald wieder mal Vielleicht Sachen mal von aus Weil Ich schaff nicht jeden Tag ein gutes Let's Play oder We Play Und daher muss ich jetzt mal gucken, dass ich da immer wieder neue Sachen finde Was meinst du über World of Tanks Kanal? Ich hab sozusagen Ich mach beide Ich mach Let's Play von Minecraft jetzt und jetzt auch Schon seit längerem World of Tanks Das ist Genau jetzt So war ich hier auf dem Kanal, oder? Genau, mein Kanal Kommt jetzt ist schon Ich muss grad mal gucken Ich glaub Ich glaub Ich glaub Ich glaub Ich glaub Ich glaub Ich hab hier so ein riesiges Höhensystem Ditto Für alle die das Wort nicht versteht Das heißt sozusagen Ich glaub Ich hab hier so ein riesiges Höhensystem Ditto 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 Ich hoffe ihr habt das gelesen und ich habe auch echt vor das zu machen sobald ich es von YouTube geregelt habe mit dem Geld. Dass ich da das vor habe mit dem was da bei M8.1 ich erzählt habe. Wer das wissen will was ich da meinte soll es sich bitte mal angucken. Den Link werde ich wahrscheinlich reintun. Und was hast du bis jetzt so alles gefunden? Eine riesige Höhe die sich ineinander verzweigt und so ein Scheiß gibt locker zig Milliarden Gänge. Ich versuche einfach mal so viel auszulöschen wie ich kann. Ich habe keinen Plan wo ich bin aber ich bin nicht so wie es aussieht. Auch nicht. Wo stehst du auf Koordinate? Was ist nochmal in der Höhe? Ich glaube ich bin auf Koordinate 2 Millionen 999 eh 2 Millionen 999 oder so ein Scheiß. Ich muss mir gerade mal immer wieder den Weg weisen dass ich das nicht vergesse. Weil sonst habe ich ein richtiges Problem. Ich bin jetzt gerade nämlich schon in der Höhe 29 und das ist lustig. Also die Höhle war ein richtiger Zufallstreffer um die Wahrheit zu sagen an alle die das Video jetzt gucken. Ich habe jetzt leider nur noch eine Minute weil danach sind die nächsten 10 Minuten um. Das werde ich wahrscheinlich dann morgen reinsetzen in das Weplay. Ich weiß noch nicht. Halsch. Aber ja. Wir werden sehen was wir hier alles gemacht haben. Und hier geht es weiter. Leute, wollt ihr mich verarschen? Entschuldigung. Ja. Also ich weiß nicht wie es ihr euch gerade denkt aber. Hör mir zu P. Gibt es echt nicht? Du siehst mich? Nein siehst nicht. Oh je je wir haben uns garantiert verlaufen. Ey ja aber was willst du so nach Höhle machen selbst wenn du dich? Da kann man da muss man nicht verlaufen. Ah guck mal da war ich schon da liegt noch eine Klaas von mir rum. Oh hallo Zomi. Oh. Hol diese Klaas wurde in die Hand. Hol sie in die Hand. Hol sie in die Hand. Hol sie in die Hand. Kommt keiner von Zomi kann die Klaas von in die Hand tun. Der hat doch schlecht. Ich hab so komisches Erz gefunden. Na ja dann lange wir sind bei 10 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß. Have fun on Wallout.